Dieser Porsche 911 Uhr Modell steht hier zum Verkauf. Das weiße Kopie bietet angenehmen Reisekomfort. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 5000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Das Kopie bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Sportfahrwerk, Sportpaket, Sportsitze und noch vieles mehr. Der Oberklasse Benziner gibt eine satte Leistung von 430 PS an ein Automatikgetriebe ab. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017